Oh, ich hab' nicht darkness. Geht da rein, geht da rein, geht da rein, geht da rein. Der heilt alle. Ich muss nicht verarschen, dass der die heilt. Weg, 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 weg. Jawoll. Gott sei Dank habe ich da, glaube ich, Rückstoß drauf. Wow. Du machst mich hier nicht fertig, ist das klar. Und davor mache ich euch fertig. Haha. Okay. Ja, komm her, du... Piss-Zombie. Oh Gott, da kommt noch mal einer. Heyo. Alles cool, zwei Schläge, dann bist du weg. So. So. Weg, weg, weg mit euch. Wow, was ist das? Ich brauche meine Fackeln. Ach, die meine Fackeln habe ich. Gut. Nichts könnt ihr Überhaupt Gar nichts. So. Puh. Unterkühlt Gegner, um sie zu verlangsamen. Loll. Da ist wieder ein... Ja, okay, gut. Das will ich jetzt mal testen. Dafür macht es aber keinen Schaden. So. Hier spawnt jetzt nix mehr. Das Priatenschiff, das nehmen wir jetzt einfach so auseinander, wie es letztendlich auch. So. Aua. Wow. One hit. One shot. Warte, aber das explodiert sich doch die neben... Oh, nee. Ah, stimmt. Im Wasser macht der Team T keinen Flächenschaden. So. Oh Gott. Weg. Okay, die Goldene, die können mir eh nichts machen. Oh, die können alle schießen. Das ist auch uncool. Okay, der Goldene ist... ...oder Diamante, ne? Wow, 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 wow down die ich auch noch dauernd noch mal ein bätschern schrecklich und da bekommen toll Eisenstiefel chupi hier oben ist glaubt nicht doch da ist noch einer kann ich glaube auch so interagieren oder okay dann schild so ja allzu schwer ist es ja jetzt nicht mehr mit der rüchte mit der rüchte und das noch ein hat und hieler bei rettila ist er glaubt gott da ist auch noch mal einer und die amal rüstung und die amal kein problem kann ich mir mal deine oder mit ihr doch getroppt nicht schlecht Puh, da ist ja nur mehr einer. Oh Gott, doch Gott, doch Gott. Da bin ich, glaub, letztes Mal, oder beim letzten Piratenstift, gar nicht hochgelaufen. Scheiße, wie viel sind denn da? So. Okay, das macht mir Angst, was der für ein Schwert hat. Das macht mir ja mal richtig Angst. Pirate-Kapitän, ach du Scheiße, hat er gegeben. Ach du Kacke. Was? 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 Wow! Wow, uncool. Uncool. Ziemlich uncool. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. So, welches ist der echte? Wow. Kacke, Alter. Woh, lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Ich muss erst heilen. Wo war der Ausgang? Shit! Da war der Ausgang. Was? Geh weg, Alter, Enderman. Piss dich. Oh, shit. Scheiße, Alter, was sollen wir denn machen? Ich glaube, ich gehe da wieder hoch. Okay, der kann sie nicht heilen. Oh, ist das ein Kacke. Ich muss mich schon wieder heilen. Ich glaube, ich gehe da nie wieder nach oben. 500 Leben, Alter. Wie viel, wie viel, wie viel Erde habe ich? Das ist ein Fuck.